Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Closed to the Sun. So, wir nehmen den Aufzug. Oh Gott, verdammt. Was ist los? Schau, was... Da ist... Innerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist... Es ist der einzige... Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. So, ich hab mir jetzt zwischen den Aufnahmen mal kurz einen neuen Kabel geholt. Heiß. Heiß, heiß, heiß. So, Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helos aufgrund ihrer Schierengröße auf die Orientierung. Und daher finden sich in allen wichtigen Schiffsbrechen recht verständliche Karten. Haben wir schon mitgekriegt. Kapitel 7. Ich muss etwas gestehen. Ja? Ich hab dir erzählt, ich hätte eine Familie. Aber das stimmt nicht. Das war eine Lüge. Ich bin ein Lügner, Rose. Es tut mir leid. Schon okay, Aubrey. Ich bin froh, das zu hören. Denn ich fürchte, du hast noch einiges vor dir, um auf meine Seite der Maschinenhalle zu gelangen. Natürlich hab ich das. Was für eine Überraschung. Wo muss ich lang? Geh in die Maschinenhalle vor Ort. Du musst deinen Weg auf die andere Seite der... Scheiße! Stromkupplungen, Benni! Hey, Rose! Ich muss mich mal eben kümmern. Moment, bin im Handlung gehen zurück. Mach bloß nicht... Was nicht machen? Aubrey? Aubrey! Na toll. Wow. Hä? Was soll denn das jetzt? Bitte was? Wie geht's da? Das ist wieder dieses kleine Zeichen Hä? Ich versteh das gerade nicht und warum sind wir verwundet am Bein? Was soll das? Ich glaub das ist auf jeden Fall der richtige Weg Äh, Rose? Aubrey, kannst du etwas gegen die Stromausfälle tun? Ich dachte du überwachst diesen Bereich Ähm, es gibt da ein kleines Problemchen mit der großen elektromagnetischen Verteilerspule Sie scheint zu pulsieren Das sagt mir gar nichts Aubrey, drück dich einfacher aus Ach Rosie, wir generieren den Strom aus der Zeit Dieser Scheiß ist kompliziert, okay? Hey, versuch einfach weiter zu kommen und stirb nicht! Nicht sterben! Oh, großartiger Plan Aubrey Deine beste Arbeit bislang Hörst du das Benny? Rose wird zickig Geil Zickige Frauen braucht das Land Ohne die macht's keinen Spaß Oh, schluch! Da drinnen war noch ein, äh... Alter, ich hoffe die sind jetzt nicht zu laut, ihr fährt gerade ein Glaskontainer vorbei Äh, da unten war gerade noch irgendwas abgebildet Da komm ich nicht runter Aber ich muss da rein Äh, ja Schön, Ike Hast du toll gemacht Was? Oh, 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 oh. Ey, willst du mich verarschen? Schnell, 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 schnell. Oh, geschafft. Puh. Wir sind am Bein verletzt. Warum? Ja? So. Rose? Bist du da? Rose? Ja, ich bin noch da, Aubrey. Ich hab's durch die Maschinenhalle geschafft. Was jetzt? Vor dir befindet sich die Steuerung für die Hydraulik und den Druck. Die Verteilerspule bringt die Lagertanks zum Kochen. Du musst also den Druck reduzieren, um die Sicherheitstüren öffnen zu können. Such die Druckventile, Rose. Wenn du daran drehst, sollte sich der Druck verringern. Okay. Ventile finden und Druck verringern. Verstanden. Du machst das toll, Rose. Du bist fast hier. Okay. Bin gleich wieder da. Verdient, Belly. Verdient. Aubrey. Jagevoller. Aubrey. Okay. Komm schon. Das... Irgendwo ist noch eins. Oder zwei. Ah. Por favor. Ah. Ah. Ich werde jetzt weitersetzen. Ach, jetzt muss ich bestimmt noch mal da oben stehen. Oder war das das hier? Nee. Hä? Nicola wird. A-Aubrey. Aubrey? Dein Song. Der Held. Der Held. Der Held. Der Held. Der Held. Aubrey! Der Held. 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 Der Held.